ARD Text im Auftrag von Funk 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 Dino. Erinnert mich so ein bisschen an Pokémon Staffel 1, Ash, Ketchum mit Pikachu. Pikachu, greif an! Und krieg selber den Schock an. So, ja dann, freundlich sein. Blume! Tja, die Welt ist voller Blumen. Nein! Nein! Pfeilbogen! Nein! Blumenkohl! Bumerang! Guck mal an! Äh... Das auch nicht. Äh... Katze! Das... Uhrzeit stellen! Äh, nein, Katze haben wir schon! Nein, die ist gleich weg! Äh, was haben wir noch? Bumbe! Oh mein Gott! Schnell! Rette es! Wieder Schere? Das ist das Mutterschiff! Da ist es! Das gelbe Mutterschiff! Zielen! 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 Äh, Zielen! Äh... ... ... ich denke ich denke komplett anders jetzt so jetzt ich denke ich denke komplett anders jetzt nur noch ich mache jetzt irgendwie alles andere aber nicht mehr richtig es kommt ein klavier runter mit 123 drauf ja hm Pff, Feuergefahr. Kann ich die Fliege abschießen? Vielleicht jetzt. Eine nackte Wolke. Ihr wolltet schon mal eine nackte Wolke sehen? Bitteschön. Okay, wieder ein Rätsel. Ich hab gedacht, wir müssen das sowieso machen. Okay, sollen wir mal die Fliege abschießen? Die kann sich jetzt auch keine Wolke mehr nehmen, um sich zu schützen, oder? Achso, okay, hier nimmst du irgendwas. Hat jemand der Ahnung, was ich machen muss? Vielleicht auf die Kleine hier mal schießen? Nee. Ich hab keine Ahnung, Leute. Es ist echt nicht leicht, die Fliege zu treffen, weil der Schuss kommt ein paar Sekunden später. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Ah, fast. Nochmal. Ich muss wissen, wo sie hinfliegt. Nee. Oh. Oh. So. Wir müssen die zusammen deformieren. Ah. Dann hier hin. Ja. Jetzt haben wir nur eine Wolke. Achso. Oh mein Gott. Haha. Ah, Juggernaut, das ist ein tolles Spiel. Tolles Spiel, toll gemacht. Ach, muss ich schießen? Ach, ich muss schießen. Okay. Okay, der letzte. Oh, der letzte schnell. Wobei, der ist schnell. Yes. Das ist der Mond. So stelle ich mir auch den Mond vor. So habe ich den übrigens in meinen Kinderjahren gemalt. Ein bisschen dicker. Okay, nun? Okay. Ich will ein Stück Mond abschießen. Oh Gott, der Mond fällt. Der Mond kommt. Ja, da ist endlich unsere Kirche wieder. Es geht um unsere... Das Ziel ist, die Kirche zu bekommen. Ja, ich habe sie wieder. Ja, ich habe sie wieder. Nee, 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 nee. Ninja, gute Nacht. Oder gute Besserung. Oh, das ist süß. Nein, es ist die Kirche, es ist die Kirche. Spiel nicht mit der... Es zieht doch auf. Nein, ich muss wieder draus rücken. Was ist mit dem los? Die Kirche! Die Kirche, die Kirche ist ja weg. Maschine hat er gemacht. Hm? Vor allem die Stimme ist voll gut. Gut, es gefällt mir. Okay. Oh. Wir haben doch letztes Mal hier gestartet, oder? Wir sind doch hier gestartet mit dem Flugzeug. Oder nicht? Gebt die Kirche wieder. Okay, wir müssen da rein. Wir müssen da rein. Wir müssen da rein. Wir müssen übrigens Käsebob finden. Käsebob ist... Was ist das? 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 Juhu! Jonathan oder Jonathan? Dankeschön. So, gucken wir mal den hier. Der sieht hübsch aus. Käsebob? 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 Ich weiß, ich muss ja da hoch. Wir müssen zu Käsebob. Einmal bitte Käsebob. Käsebob? Jetzt da oben drauf und dann hochschießen. Jetzt! Wir müssen da oben rein. Gucken wir mal das komische Ding hier an. Und jetzt? Käsebob? 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 Zum Dicken hier? Äh? 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 Äh! Hm. Ah nein. So, wo haben die die Sounds her? So, die Zunge? Oh nein. Hm, hat jemand eine Ahnung? Hm. Wie krieg ich das Ding nochmal auf die andere Seite? Habe ich das eben nochmal gemacht? Ah, guck mal hier. Wie krieg ich das Ding nochmal auf die andere Seite? Wie hatte ich das eben nochmal gemacht? Das war der Kleine, den kann ich ja glaube ich nichts machen, ne? Da kann ich nichts mitmachen. Was war mit dem hier? Den kann ich nur essen. Ach stimmt ja, wir waren ja mit dem türkisen sind wir da rüber geflogen. Oh, mit dem blauen oder was das hier ist. Uh? Oh. Oh? Oh? Oh. Ich habe alle da hoch geschossen, aber mich nicht hoch geschossen. Ich muss mich doch da hoch schießen. Wie mache ich das denn? Okay, will nicht. In den blauen, da könnte ich auch mal versuchen, ob ich da was reinstopfen kann, ja? Und testen das jetzt noch mal ganz kurz. Und jetzt war er falsch. Äh. Achso, ich kann nicht, ich muss glaube ich, ich glaube ich muss, nee, ich kann dir noch das erst nehmen und dann da rein. Ah, jetzt habe ich es, okay. Ah, okay, okay, okay. Ich habe es, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Okay. Wir müssen den Dicken, genau der Dicke. Ja, gehen wir weg jetzt hier. So. Den Dicken, den tun wir jetzt recht hier oben drauf. Wieder runter. So. Da gehe ich. Aber ich muss den hier. Hm. Ja, aber ich kann mich ja, ich kann mich ja nicht, ich kann mich jetzt draufstellen. Ich weiß nicht, ob ich mich da noch bewegen kann. Das ist jetzt die Frage. Wenn ich den jetzt da reinstecke, kann ich mich da noch dahin bewegen? Ja, glaube ich ja, ne? Ah, jetzt doch. Nee. Nee. Ich bin zu schwer. Hm. Hm. Wir müssen noch irgendwas mit dem Frosch machen. Wir müssen noch irgendwas mit. Oder alle beide da rein? Kann ich alle beide da rein tun? Ich glaube schon, ne? Vielleicht. Wir testen mal alle beide da rein zu tun. Ah, jetzt habe ich das Ding noch falsch rum. Ah, Mist. Guck mal her. Sekunde. Erstmal muss ich das Ding wieder andersrum machen. So, erstmal runter. So, wie in den grünen Großen. Zack, da rüber. Dann. Nee, falsch. Dann erstmal wieder aufmachen. So. Dann den Großen. Dann den Kleinen. Nein! Okay, kann ich die vielleicht vorher kombinieren? Ah, das hat mir das Ding jetzt auch wieder falsch rum gemacht. Mann, ey. So, jetzt versuche ich noch. Jetzt kombiniere ich vielleicht den hier. Mit dem. Zusammen kann man die nicht kombinieren. Hm. Hm. Also ich musste hier rüber schießen, um mich da hin zu katapultieren. Ich kann die aber nicht kombinieren. Zuerst den Kleinen, dann den Großen. Wollte die Gute Nacht? So. Äh. Also. Nee. Er hat gesagt, der ist den Kleinen. Okay, den Kleinen und dann den Großen. Ich kann doch das Fragezeichen klicken. Das hilft uns, aber das mache ich jetzt nicht. Das macht keinen Spaß. Vielleicht später. Geht nicht so rum. Sobald ich draufklicke, geht das nicht. Mann. Den Kleinen in den Grünen. Das geht an den Großen. Guck, ich kann die nicht. Ich kann die nicht. Ich kann nicht draufklicken. Guck hier. Ich nehme den und kann dann leider nicht kombinieren. Sobald ich klicken, dann hebt ihr den nur auf. Klingt. Klingt so. Heute spielen wir keinen Ark. Hatten wir Freitag gehabt. Heute, genau. Heute wird nur gerätselt. Der muss erst... Achso, da reinstecken. Achso. Nee, kann ich nicht. Soweit ich draufklick, dann packt er die Zunge wieder ein. Vielleicht nehme ich den anderen an. Okay. Vielleicht hier. Hat jemand eine Ahnung? Auf die Zunge draufklicken? Das kann sein. Ja, vielleicht. Auch nicht auf die Zunge, Leute. Okay. Meine Ahnung. Das kann sein. Du hast ja auch nicht. Jeden. Ohnein. 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 hatte hat der große irgendwas gefressen gegeben ich weiß schon gar nicht mehr ich glaube das hat doch nichts gefressen oder ich kann nicht in den frosch in den großen reihen ich kann nur draufklicken dann rutscht er einfach nur runter jetzt verzweifeln wir gerade an dem kleinen stückchen hier leute schön dass du mal wieder da bist das kann sein ja das wäre mal aber ich muss das anders machen stimmt wenn die zunge draußen ist das muss ja irgendwas bringen was passiert gar nichts hmm 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 ja 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 so ich muss gerade mal lesen dass alles geschrieben ist ja 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 ich habe echt einfälle aber ich kann in den großen nichts reinlegen nochmal ich kann den nicht nehmen und dann da reinlegen das geht nicht ich kann den nur auf den lila in der mitte legen das geht nur ja 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 das ist naja ja Irgendwas muss es doch mit der Zunge sein. Der mittlere Frosch... Konius, das verstehe ich nicht. Der mittlere Frosch in den blauen. Das ist der mittlere Frosch... Achso, du machst jetzt hier rein, okay. Genau, das wollte ich gerade machen. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt mit dem Ding hier, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich... Wenn ich mich aus dem grünen Schleuder... ...komme ich immer auf die rechte Seite, nicht auf die linke Seite. Ihr habt alle irgendwelche Ideen, aber bisher hat das nicht geklappt. Also, wie gesagt... Ich... Ich... Ach nein, jetzt... Den wieder runternehmen. Also, ich muss auf die rechte Seite, ganz klar. So, der lilaner... ...muss so sein. Der muss mich nämlich nachher hier hoch katapultieren. Also irgendwas muss ich hier rüberschießen. Es wird wohl der sein, aber... Ich verstehe die Zunge nicht. Ich verstehe echt die Zunge nicht. Quack, quack. 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 Hm. Quack. 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 Ich verstehe die Zunge hier nicht. Das mit der Zunge verstehe ich nicht. Was ich da machen muss. Ich hab da bisher noch nie... ...keine Funktion gefunden, die ich damit machen kann. Wie? Quack. 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 Quack 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 Ok Jetzt aber die Frage Jetzt die Frage Was macht jetzt was macht der frosch denn jetzt hier drin ich muss jetzt irgendwas mit dem frosch machen ich hab Angst wenn ich den jetzt anklicken dass ich wieder alles neu machen muss der kleine frosch der wird das schaffen mich darüber zu schießen gut dann machen wir versuchen was mal der kleine frosch ist mich da rein okay es ist sehr hoch oder das spiel heißt also ja so der kleine schießt mich nach oben der kleine schießt mich nach oben der große schießt doch alles egal der große hatte kein gewicht für mich aber der kleine sucht nicht nach logik hier in diesem spiel sehr gut der kleine hat mich nach oben geschossen nicht der große hallo nicht ziehen was macht die drei jetzt Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh oh.